Weiter geht es mit Spider-Man Miles Morales. Wir sind gerade im Bürogebäude vom Kingpin im Fisk Tower und suchen das Nuform. Hier bei den Underground-Leuten sind wir undercover unterwegs. Und hier unter dieser Statue scheint der Eingang zu sein zum Geheimraum. Also gehen wir da mal weiter. So, willkommen zur heutigen Folge. Moin moin, hier ist Angelus. Geheimtreppe. Super. Ein Helikopter-Samurai-Schwertdreher. Vielen Dank an alle, die gestern wieder einen Daumen nach oben gelassen haben für das Let's Play heute. Oder für das Let's Play gestern. Heute ist ja eine neue Folge. Wenn euch die gefällt, dann wartet bis zum Ende. Vielleicht ist das Video ja gut. Am Ende der Folge. Ganz schön tief. Viele Gangster-Bosse haben solche Geheimausgänge. Vielleicht wollte Fisk den nutzen, als der andere Spider-Man hinter ihm her war. Ein schnellerer Aufzug wäre gut gewesen. Vielleicht wäre er dann entkommen. Setzt den Superschurken bloß keine Ideen in den Kopf, ja? Aber der Aufzug ist mega leise. Ich höre den Lärm aus dem Atrium gehört. Man hört nichts. Es muss ja eine höllische Trainingseinheit sein. Okay. Da sind ihre Leute. Ja, es war wirklich eine höllische Trainingseinlage für die Leute, alle ausgeschaltet. Es gibt immer noch Soundbugs in dieser Mission. Man hört nicht mal alle reden. Gott sei Dank habe ich die Untertitel angemacht. Okay. Die werden auch krank dadurch. Hoffentlich ist Finn nicht krank. Ist das Nuform verstaut? Ist es sicher? Ja. Im Labor statt aufwärts. Genki. Das Nuform ist weg. Wir wissen nicht, ob der Kanister sicher ist. Er war heiß. Vibrierte, als wäre er instabil. Das war der neue Spider-Man. Seine Kräfte ändern die Struktur. Niemand darf das Zeug anfassen. Ihre Verstecke. In einem muss das Nuform sein. Ich brauche ein besseres Bild. Dann kann ich es eingrenzen. Wir wissen nicht genug über das Zeug. Was es ist? Woher es stammt? Mein Bruder hat es entwickelt. Chefchemiker. Und Roxxon brachte ihn um. Scheiße, das klebt das Papier. Oh oh. Ich höre nicht auf, bis Roxxon untergeht. Seid ihr dabei? Das weißt du doch. Gut. Ich brauche Strom. Generatoren, Autobatterien. Alles, was ihr findet. Bringt alles ins Theater. Das war eigentlich eine gute Kussposition. Nein. Wie unaufmerksam. Miles. Oh oh. Jetzt kommt ihr mit diesen neuen Schwertangriffen. Okay. Venom-Sprint haben wir jetzt. Neue Fähigkeit. Drücke für einen Venom-Sprint. Neue Fähigkeit. Ist das ein neuer Move? Keine Ahnung, was das war. Aber es hat funktioniert. Allerdings. Mach dein Ding. Ich sehe mir die Karte an. Vielleicht komme ich auf irgendwas. Vielleicht. Ich schock dann mal weiter. Uns hältst du nicht auf. Finisher. Demage Schwert. Ach, die wollte ich nicht finischen. Aua. Endlich kann ich in Gangsterhöhle kämpfen von meiner Liste streichen. Alter, diese Schwerter sind echt ätzend. Den schalten wir aus. Einer weniger. Das ist mir nicht wieder schuld, ey. Immer. Versteck mich doch gar nicht. Ich stehe hier. Boah. Hallalalala. Ich habe das Foto von der Karte bereinigt. Der Underground scheint in alten Fisk-Baustellen zu Hause. Aha. Da gibt es also auch noch Underground-Verstecke. Genauso wie die Rockson-Labore. Und da sind dann auch wieder noch Kisten. Die muss ich dann auch wieder mal clearn. Das kommt dann auch noch auf mich zu. Okay. Aber auch nur drei, ne? Ja. Joa. Kriegen wir hin. Ist auch ein Theater dabei? Finn hat eins erwähnt. Ein Theater, ja? Das ist... Sag's nicht, Genki. Dramatisch. Du hast es gesagt. Das müsste das Jam-Theater sein. Klingt, als hätte sie das Nuform da versteckt. Das ist mein nächstes Ziel. Wenn du zum Theater willst, bin ich dabei. Wenn du zuerst zu den Underground verstecken willst, kenne ich jemanden, der dir helfen kann. Okay. Ich setze die Verstecker auf meine To-Do-List und melde mich, wenn ich beim Theater bin. Und ich versuche weiter rauszufinden, warum Speed Nonnegan dauernd abstürzt. Finn will sich erst später mit dem Underground beim Theater treffen. Ich habe also noch Zeit für App-Anfragen oder irgendwelche anderen Sachen. App-Anfragen, ja, müssen wir auch noch machen. Guck mal, die liegen alle normal hier und die wurde ganz schön hier zerfaltet, ey. Könnte auch eine Spinne werden, wenn die vorne noch ein Kopf dran ist. Das sieht sehr, sehr, sehr ungesund aus. Ich glaube, die kriegen wir nicht mehr hin. Ich glaube, die ist verloren. Alter Schwede. Voll zusammengequetscht. So, gehen wir mal hier raus. Das ist echt ein Soundbug, ey. Ich muss das vielleicht gleich mal was neu laden oder sowas. So, gehen wir durch. Kommen wir hier einfach so raus. Ah, ich muss auch durch. Und dann da. Underground abgeschlossen. Wir hören wieder Sound, auch von der Umgebung und Musik und so. Das scheint nur in dieser Mission gewesen zu sein. Wahrer Betrug. Dass da halt ein bisschen Wachs waren in dieser Mission. Echt schade. Jonah. Sie erinnern sich an Wilson Fisk, nicht wahr? Der sogenannte Kingpin des Verbrechens. Offenbar genießt er seine Fünf-Sterne-Zelle, die größer ist als Jareds Wohnung, während seine Rechtsanwälte an seinem Freispruch arbeiten. Aber anscheinend gibt es doch noch Gerechtigkeit auf der Welt. Denn neue Recherchen des Daily Bugle haben ergeben, dass in seinen verlassenen Fisk Tower, der nächstes Jahr abgerissen werden soll, jetzt Hausbesetzer eingezogen sind. Ist es nicht einfach perfektes Karma, dass dieses protzige Denkmal an das Ego eines Typen, der immer dachte, er steht über dem Gesetz, von ein paar Pennern überrannt wird? Wahrscheinlich richtet sich als nächstes Spider-Man dort sein Hauptquartier ein. Wie ist es so, in seine eigenen Schlinge zu stecken, Wilson? Ja, Jared, das sagt man wirklich so. Lies mal ein Buch. Okay, so, dann machen wir hier mit einer App-Aufgabe weiter. Die ist nur 500 Meter entfernt. Meine Tauben sind weg. Mal wieder der Typ, der Howard, mit seinen Tauben. Peter Parker hat ihm ja auch schon geholfen. Dann suchen wir mal Vögel. Da lang. Suchen wir Vögel. Fand ich im Hauptschule ein bisschen langweilig, diese Vögel-Aktion, aber... Hier ist es eine App-Aufgabe, wir müssen der Stadt helfen. Da muss jeder Spider-Man mal durch. Die Aufgaben mit den Tauben. Hier bei der Kirche. Das ist die Kirche von der Devils Mama auch, oder? Nee, nee, das ist die nicht. Die ist viel zu groß. Die arbeitet in einer kleinen Kirche. So, starte ich die hier einfach? Ach so. Da ist er ja, Howard. Okay, er hält mir einfach die Feder hin. Ja. Das heißt, nehme ich das? Ich kann nichts machen. Und ich hänge jetzt hier fest bei ihm, oder was? Ich muss unbedingt mal kurz einen Kontrollpunkt neu starten. Das geht ja... Was funktioniert denn heute alles nicht? Oder gestern schon nicht? Okay, mal sehen, ob Finn das nur vom Im-Gem-Theater versteckt hat. Ja, ja. Erstmal jetzt gucken, ob das jetzt funktioniert mit dem... Wir haben eine Spur, eine neue Nebenmission ist auch da. Ah, mit der... Mit der... Äh, Malerdame. Jetzt ist die Quest nicht mehr zu finden mit dem Tauben? Jetzt ist sie hier nicht mehr drin. Kriege ich ein Foto und wir hier 3000, das ist ja alles mega weit weg. Ach, da, da, hier ist das mit dem... Aber der Typ mit der Taube ist weg. Gucken wir mal, ob der noch wieder auftaucht. Ich habe hier nur einen Checkpoint neu geladen. Ist aber auch nichts passiert. Komisch, komisch, komisch. Was ich hier für Probleme habe gerade. Da ist der Heli. Bei der Revolution in der Basis hast du am Ende Denys Handy gekauft. Ich mach das Schock. Du bist da raus. Mein Handy spielt gerade. Bist du dir sicher, dass du nicht... Du musst landen. Geht nicht. Jemand blockiert die Steuerung. Okay. Ich orte drei Hacking-Signale. Okay, trifft 6 Gegner mit Schwungtritt und besiege Gegner während irgendwas anderes. Okay, die ausschalten. Ich schwinge hier noch ein bisschen hin und her. Wird super an den Kasten geklebt. Das war nicht so schlecht. Okay, die Dinger hier müssen weg. Mit Venom-Schlag. Und das mache ich jetzt noch zweimal. Noch zweimal, alles klar. Böses Knie. Okay, dann jetzt weiter mit dem Transmitter. Ja. Hier haben wir den Nächsten. Stehen bleiben! Der ist geschlecht! Bleib dran! Neue Fähigkeit ist nicht schlecht. Schwungtritt. Gegner während du getarnt... Ach, vier Gegner während ich getarnt bin und dann der Schwungtritt. Ich hab Spider-Man im Visier! Schwungtritt. Schwungtritt. Gut, dass man die auch mehrmals Schwung treten kann. Gut, dann weiter mit dem Transmitter. Da kommt aber noch einer. Weg ins Wasser mit dir! Ich hoffe, du kannst nicht schwimmen. So! Dann möchte ich das jetzt noch. Hey, rede mit mir, alles klar? Wir fallen nicht mehr. Aber die volle Kontrolle habe ich noch nicht. Bald bist du dran. Bald bist du dran. Das hört sich so gefährlich an. Nein, ich wollte dich noch ausschalten. Im Tarnmodus halt. Der Kasten ist im Weg. So, die Schwungtritt haben wir fertig. Aber er ist zwei getötet im Tarnmodus hier. Keine Tarnenergie mehr. Gehen wir mal hoch. Die wissen gerade nicht mehr, wo ich bin. Das ist natürlich hervorragend. Das ist natürlich hervorragend. Warten wir, bis die Tarnung wieder aufgeladen ist. Wir haben keine Angst vor mir. Vorsicht! Letzte Warnung! Komm uns nicht in die Quere! So! Einen noch in Tarnmodus ausschalten und ein Gegner ist noch da. Das kriegen wir doch hin. Wenn jetzt die Tarnung fertig ist, dann kriegen wir alle Bonus-Dinger hier. Und dann den Heli retten. Enttickt. Ah! Alles abgeschlossen. Sauber. Du hast geholfen. Ich lass dich gehen. Ich lass dich gehen. Das war ein Rocksand-Pilot, ey. Das war's für die Rotorblätter des Todes. Ich bin super. Das war nett, dass er uns gehen lässt. So, meine Tauben sind weg. Wir probieren es nochmal. Howard? Ah, der Taubenmann. Pete hat mir von ihm erzählt. Mal sehen, was es gibt. Das hat er eben... Nicht so lang gesagt, ne? Wir hoffen ja, dass es jetzt funktioniert. Nach dem Neuladen. Einmal hier in die Gasse. Nein, nicht in die Gasse. Da ist Howard! Er ist da oben, ja. So, Howard, bitte rede mit mir. Hey, Howard. Jawoll. Ich bin der andere Spider-Man. Schön, dich kennenzulernen. Und danke für die Hilfe. Drei Vögel sind verschwunden. Ich mache mir Sorgen wegen der Kälte. Ich kann sie aufspüren. Hast du etwas... Was... Ihnen gehört? Äh, Federkleid? Jawohl. Dankeschön. Perfekt. Hat eben einfach das Gespräch gefehlt. Okay, wir analysieren die Feder. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Und wir können der Vogel-Duft-Spur folgen. Oh, hey. Du hast eine von Howard's Tauben gescannt. Howard-Protokoll aktiviert. Howard-Protokoll. Willkommen zu Tauben-Infos. Sie erhalten jeden Tag spannende Fakten zu Tauben. Oh, nein, nein, nein. Abmelden. Anmeldung bestätigt. Abgemeldet. Ah, der Peter ist schon lustiger. Ein zweiter Schlag. Wurden Howard's Tauben etwa gestohlen? Nee. Die Spuren verlaufen in drei Richtungen. Es sollte allen folgen. Das sind ja auch drei Tauben halt, ne? Noch ein Taubenschlag. Damit habe ich nicht gerechnet. Da sind Gegner. Ein frischer Tatort. Hol ein Einbruch. Nee, warte. Das sind Polizisten. Ich wollte die schon angreifen. Ich muss mit denen reden. Okay. Moin. Habt ihr Tauben gesehen? Hallo, Officer. Was ist passiert? Kann ich helfen? Dort wohnt eine Bugel-Reporterin. Es wurde alles durchwühlt, aber gestohlen wurde nichts. Okay. Sie haben anscheinend nicht gefunden, was sie wollten. Ich sehe es mir an. Vielleicht habe ich mehr Glück. Oh, da. Ich muss gehen. Schwingen oder so. Eine Reporterin vom Bugel wurde überfallen. Diese Vögel sind schnell. Was fressen die? Kaffee? Zucker? Flugzeug? Benzin? Hier kommt Hopp. Hab dich. Hey, Howard. Ich habe eine. Die ist ganz schön munter. Munter. Mhm. War sicher Peggy. Die hat Pep. Sie findet den Weg zurück, Spider-Man. Zeige nur die Richtung. Mach ich. Okay. Ich sollte zurück zum Schlag und die anderen Vögel verfolgen. Das war Peggy. Also nehmen wir jetzt die nächste. Nehmen wir... Gehen wir links rum. So, hier lang. Peggy zu fangen war ja... Ging ja schnell. Vielleicht die Taubendiebe. Wir haben die Vögel geklaut, du Genie. Jetzt sucht Spider-Man schon nach vermissten Vögeln. Ja. Haha. Siehst du nichts mehr? Hey, komm da runter. Hey, hab ich den da oben voll hingeballert. Boing. Okay. Eine weitere Feder. Ne, ein Foto. Von Daily Bugle. Das sind wahrscheinlich die, die auch die Reporterinnen überfallen haben. Tomorrow night. Roof be there. Okay. Genau. Das hab ich auch gelesen. Beim Bugle. Aber die haben die Taube auch geklaut. Das heißt, die benutzen... Hey, Taube! Halt! Da war sie. Ja, ich hab abgestellt. Das steht echt auf Tauben. Im Zweiten Weltkrieg wurden über 200.000 Brieftauben eingesetzt. Sie überbrachten Nachrichten unter schwierigsten Bedingungen und retteten so unzählige Leben. Das hat hier sogar einen Bezug zu dem, womit ich mich hier rumschlage. Mist. Taubenfakt Ende. Ich verliere sie gleich. Wir können nicht nur die Tauben fangen, sondern auch gleichzeitig das mit Daily Bugle aufklären. Hauert, ich hab eine. Ich glaub, sie haben mit deinen Tauben etwas beim Bugle geplant. Echt? Ob die sich für Schlagzeilen interessieren? Sie haben die besten Reporter der Stadt. Ha, vielleicht. Ich find es raus. Aber zuerst hole ich deine Vögel. Eine noch. Das ist deutlich komplizierter, als ich dachte. Guck mal hier, das schöne Gebäude mit den Weihnachtsgeschenken drauf und den Baum davor. Voll schön. Das ist diese Eisbahn. Aber das ist nicht das Rockefeller Center, das ist größer, ne? Cool. So, aber jetzt kommt der Taube. Nur noch eine und dann die Gangster aufhalten. Also, da lang. Da hinten ist auch der Daily Bugle. Hab ich eben schon das Schild gesehen, oder? Nee, das ist nicht das Daily Bugle. Oh, anderes rotes Schild. Da lang. Oh. Eine Nachricht. Bleib still, Taube. Taubenfakterei im Anst. Da. Halt still. Okay, was steht da? Planänderung. Planänderung. Es geht jetzt los. Oh. Jetzt sofort. Also muss ich zum Bugle. Ich hab alle Tauben. Leider setzt eine Gang sie als Boten ein, um Einbrüche zu planen. Oh nein. Hast du bitte auch gute Nachrichten? Nö. Ja. Ich weiß, wo sie sein werden. Beim Bugle. Ich muss sie erledigen und deine Tauben retten. Klasse. Gib ihnen Zünder, Spiderman. Zeit, einen Einbruch beim Daily Bugle zu verhindern. MJ wäre stolz. Da ist der Bugle. Daily Bugle, Schild. Und da planen sie schon ihren Angriff. Und fleißig. Eine der Jungs hat unsere Tauben an dem Bugle verpfiffen. Ich weiß noch nicht mehr. Aber ich finde es heraus. Erstmal brechen wir ein und zerstören alle Beweise. Damit die Story im Keim erstickt. Klingt logisch. Gibt hier keine Sicherungskästen oder so, um die auszuschalten? Bezweifle ich. Außer du stehst auf zehn Jahre alte Computer und Kaffeetassen. Einer ist weg. Eine Tarnung ist aus. Hält halt noch nicht so lange an, ne? Alles Zweiergruppen. Gibt es doch nicht. Da ist aber ein Sicherungsdingens. Und ich habe natürlich nicht die Minen ausgewählt. Jetzt aber. Pui. Zwei weniger. So, hier oben bin ich quasi unsichtbar. Die sehen mich nicht. Sicher. Weil der einfach runtergesprungen ist. Waaah. Tja, blöd gelaufen. Ich habe Federn. Das klang deutlich weniger cool, als ich dachte. Ja. Dann gibt es eben auf die Ommel. Ausgewicht. Wenn es einen Kreativitätspreis für Verbrechen gibt, gehört er euch. Effektiv? Nein. Aber definitiv kreativ. Kreativität ist wichtig. Das wird böse völlig enden. Runter vom Dach. Oh nein. Die Latine war im Weg. Steht ja nicht an. Ich wollte da. Das Hintern ist eigentlich noch greifen, aber die stehen alle so dicht gestaffelt. Hier, Mülleimer. Da gehörst du rein. Auf. Finisher bereit. Jetzt schon? Gerade ein ausgewählt hier. Na, kein perfektes Ausweichen. Nochmal. Auch nicht. Jetzt reicht es aber. Gib die Knarre her. Ich glaube, das war... Nein. Der steht wieder auf. Ist doch nicht dein Ernst. Der ist doch schon voll benommen. Der weiß doch nicht mehr, wovon er und hinten ist. So, jetzt ist er weg. Daily Bugle gerettet. Juhu. Spider-Man rettet alle. Die Vögel bedanken sich, Howard. Super. Da haben wir dann die App-Aufgabe doch noch fertig gekriegt. Howard, diese Taubendiebe sind jetzt Geschichte. Es gibt nichts mehr zu befürchten. Reife Leistung. Jetzt müssen meine Vögel nur noch lernen, sich bessere Freunde zu suchen. Ja. So, nach der Hauptmission hat sich hier auch wieder das Wetter ein bisschen geändert. Die Sonne ist ein bisschen tiefer und der Schnee ist nicht mehr ganz so schlimm. Schöne Aussicht von hier. Oh, guck mal hier, das Empire. Empire State Building. Das größte Gebäude hier noch, oder das höchste. So, hier hätten wir noch ein Verbrechen. Dann muss ich mich hier um diese Verstecke noch kümmern. Hier um Roxxon genauso. Und da die Kisten rauszuholen. Hier seht ihr mal in diesem Symbol, dass da halt auch noch Kisten drin sind. Wenn man alle Kisten haben will, muss man die also in diesen Dingern hier auch noch suchen. So, und eine Nebenmission in Harlem ist auch wieder dabei. Wir haben eine Spur. Das könnte ich eigentlich auch nochmal abschließen, bevor ich zur Hauptmission gehe. Hier soll auch nochmal eine Nebenmission auftauchen in Hell's Kitchen, aber die ist noch nicht da. Da haben wir noch weitere Apps. Also App-Aufgaben habe ich echt noch viel. Hier vorne zum Beispiel drei. Dann haben wir hier noch fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun App-Aufgaben noch plus hier die Nebenaufgabe. Dann gehe ich doch zurück nach Harlem hier. Mach hier die App-Aufgabe in Harlem und dann die Nebenaufgabe. Dann hätten wir das Stadtviertel hier schon fast fertig. Müssen wir nur warten, bis die nächsten Aufgaben auftauchen. Okay, gut Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge heute ein wenig gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und in der nächsten Folge machen wir weiter hier in der Stadt mit Miles Morales. Mir macht es noch Spaß. Ich hoffe, euch auch beim Zusehen. Also bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.